Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal PEN 21.04.79. Ja, da geht es direkt im Anschluss quasi weiter. Jetzt dabei. Und dann schnell zurück zur BGA. Wir holen uns nochmal Schweinefutter. Überhaften. Und dann hin und kommen wir zur Molkerei. Und dann schon mal die Molkereibodepunkt. Und dann sichern. Dann können wir dann wieder bei den Verkaufsregeln kaufen. Hallo 200, ich habe noch gar keinen DR, aber noch ein DR, die es hier gehört. Mal kriegen wir nochmal eine komplette Kurreise. Kriegen wir nochmal 200.000? Mal sehen, dass wir den Lex ja nochmal schnell entladen bekommen. Steht er? Steht er? Ah. Okay, den kriegen wir nicht hinladen. Sehe ich gerade. Was ist denn das? Okay. Springen machen wir mal. Stehen auf. Kommt mal. Kommt mal. Kommt mal. Kommt mal rein. Das ist ja das Nachbett. Das ist ja das Nachbett. Ein bisschen weiterfahren. Die anderen kommen später. Gut, wir können eigentlich hier ja stellen. Ja, es macht schon Sinn, dass wir die Flächen later machen und erweitern. Oh yeah, yeah. Drive by the city lights. You're just enjoying the ride. We're gonna drive all night. Making it last to the morning light. Yeah, we're gonna drive all night. So, we're running the road. We're gonna drive all night. We're gonna drive all night. We're gonna drive all night. We'll walk by the acabou. We'll ever think come this day. Let's see what you are going on. We can see, what he is going on. Let's do it. Again... ...making it last to the morning light. Yeah, we're gonna drive all night. Ich scht da. Ich auch. Die WGA kommt ja heute Acht auch noch dazu. Da kriegen wir auch gut Geld. Also langsam die Gelddruckmaschine angeworfen. Okay. 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 So, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt sind wir hier. Ich glaube, es ist Kato. 50 Minutes. Das ist ein Mokawai. Und die Kiserei gucken wir mal, vielleicht mal auf Kredit auf die richtige Kiserei und schauen. Oder wir lassen sie wohl beim ersten Mal laufen. Weiß ich nicht, was wir an Zutraten zu generell brauchen. Ich wollte da mit der Oberfläche in den Strz-Aid und in den Kram holen. Welche? Ich fähig. Wir bleiben für einen Mensager zurück. Ich bekomme mal Kartoneln, gerne so eine Kartonelnwaschanlage und die Kram holen. Ich weiß nicht, dass wie die Primo-Karte weiter aussieht. Ich kann auch wieder ausziehen. Ich werde gleich wieder ausziehen. Das ist ein A-Sophon. Ich kann auch wieder ausziehen. war eigene mitstand verkaufen Ja, mal stopp. Den kommt. Ja, mal stopp. 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 Ja. Ja, sieht doch perfekt aus. Ja, mal stopp. 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 Oh, 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 I guess we'll find them. Oh, no, no, bitch. Draste, dass wir mal jetzt holen. Ja, damit du auch nochmal auf den Feld fährst. Ja, keine Probleme, aber ich bin reif. Der Lenkrad, der meint ist ein LKW. Ja, ich bin größer, aber ich bin größer, aber ich bin größer, zappt. Ich könnte die schon mal. Ah, da, bitte. 10 mal schnell zu BDR schicken Da ist unsere Morgerei bei der Hansano Die werden sich freuen, Kocorex Wobei, wir haben glaube ich nur 1-2 Mal mit Stahin geliefert Das hatten wir ja immer Ich bin jetzt aufgerufen Also in dem Sinne werden sie nicht freuen Kriege sie halt von den anderen Bauern Wird schön Aber nicht von uns Ich bin jetzt aufgerufen Ich bin jetzt aufgerufen Ich bin jetzt aufgerufen Ich bin jetzt Ich bin jetzt Da können wir dann irgendwann mal reinbringen Ich bin jetzt aufgerufen Ich bin jetzt aufgerufen Das haben wir gleich wieder Volante Ich will mal eine sehr breite Platz lassen. Hat denn da schon wieder so geparkt? Äh, ab, 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 ab. Oh, das war die Werke, die damals falsch gekauft haben. Ich wollte hier die Front-Tür-Draulik haben. Da wollten wir das Gewicht haben, was war das? Ah ne, der hat die Frau Lexi, war da. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ähm, wäre nett, wenn du dich da umdrehst. Oh man. Da muss man nicht manchmal verstehen. Ich lasse jetzt auf Feld gucken dann. Ich lasse da quasi einmal. Ich lasse da quasi einmal. Ich denke, du bist nicht so gut. Ab. Ja. Ja. Da. Entfernung. Ähm. Bereit. Vorgewände. Gemahl. Glockenscher. Passt. Feldkurs. 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 Ehm. 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 Ach, wieder war das. Feldkurs. Auch noch ein bisschen aufräumen, glaube ich. Ehm. 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 Ehm.